Herzlich Willkommen, Robert Kreisl. Gratuliere zum Sieg in der Steirischen Landesmeisterschaft. Wie beurteilst du diese Meisterschaft aus deiner Sicht? Ja, sehr interessantes Turnier mit dem K.O.-System. Und mir ist es gelungen, dass ich in jedem Wettkampf mindestens ein Party gewinne und keine verliere. Großer Vorteil, ich habe mir das Blitzen gespart, dass es doch immer zur Belastung werden kann. Blitzen verdienen, da kann recht viel passieren. Von der ersten Runde weg, in die ich gutes Schach gebühlt, sehr zufrieden mit meinen Partien. Und heute sogar 2 zu 0 gewonnen, aber das war eben auch, weil ich gleich die erste Partie gewonnen habe. Und die zweite, auch zu halb, wie mein Gegner auch gewinnspielen müssen mit Schwarz, das ist nicht so einfach. Und dann ist mir gelungen auch danach zu gewinnen. Gut, was wird dein nächstes Turnier sein, das du angehst? Mein nächstes Turnier wird die Staatsmeisterschaft sein. Da erwarten wir, ja, ich möchte einfach gutes Schach spielen, schöne Partien, die möglichst weit nach vorne kommen. Was genau, das werden wir dann ein bisschen sehen. Gut, die Steirer drücken dir die Daumen und hoffen, dass du recht erfolgreich abschneidest. Dankeschön. Peter.